Man kann einfach in die Spontane in die Hände klatschen, ne? So, schwupp, 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 und schwupp, 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 schwupp. Das geht aber nicht genug. Und für euch mit verschränkten Händen. Es riecht verkohlt. Abgeklappert! Es nimmt das zwischen die Beine. Warum ist das eigentlich? So, noch zwei gleichzeitig. Bravo! Gleich lässt er zwei aus und nimmt das brennende zwischen die Beine. Sehr gefährlicher Feuermixer. Ei! Aber er muss sie doch irgendwie hochwerfen. Wollten wir noch mehr sehen? Ja! Nein, bleib da. Dann klatscht doch einfach mal. Zugabe! 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 Schaut mal, Rauchzeichen, was steht denn da? www.frohwin.at Achso. Na gut. Dann würde ich sagen, kurz vor die anderen Fakten noch aus. Hälfte mal ganz fest mit dem Hupen. 1, 2, 3, 1. Und 1, 2, 3, 1. Und 1, 2, 3, 1. Verscheuert. Vielen herzlichen Dank. Ich bin froh, Willen der Gaukler. Es brennt hinter deinem Rücken. Hinter deinem Rücken. Hinter deinem Rücken. Immer seine Hinter-dem-Rücken. Rennen, umdrehen! Habt ihr ja Feuer gespuckt, ne? Ja! Du weißt, du musst das tun immer mit. Ich hab Feuer gespuckt. Ich wollte euch eh noch was anderes erzählen. Ich wollte euch eh noch was anderes erzählen. Ich war nämlich früher Armleuchter von Beruf. Tschüss. Wahnsinn!